Roleplay. Man könnte sagen, ein filmischer Fluchtversuch nach vorne von der Hauptdarstellerin. Das ist nämlich Kaylee Cuckoo, besser bekannt als Penny aus Big Bang Theory. Und Big Bang Theory ist vorbei und die hat natürlich jetzt das Problem, dass sie so mit dieser Rolle verschweißt ist, dass sie kaum eine Chance hat, als seriöse Darstellerin in einer anderen Funktion Rolle wahrgenommen zu werden. Wenn gleich sie da schon einen großartigen Vorstoß gewagt hat, in Gestalt der zwei Staffel langen Serie The Flight Attendant. Und das war wahrscheinlich das Anstrengendste, was ich je geguckt habe, aufgrund der visuellen Aspekte. Aber eigentlich war das schon ein solider Comedy-Thriller, in dem sie eine großartige Figur gemacht hat. Und Roleplay ist vom Grundton gar nicht so unehentlich. Sie spielt eine Frau namens Emma, die ein Doppelleben führt. Einerseits ist sie eine eiskalte, brutale Auftragsmörderin, die für eine komische Organisation Aufträge ausführt, die ihr da per Telefon zugeschanzt werden und dann legt sie los. Und auf der anderen Seite gibt sie vor, eine ganz normale Mutter, Ehefrau zu sein, mit Mann und zwei Kindern und ein braves, harmloses Leben zu führen. Und natürlich kann es nichts anders laufen, als dass diese zwei Leben kollidieren. Das titelgebende Roleplay-Rollenspiel besteht darin, dass sie mit ihrem Mann einen spannenden Abend haben möchte und in ein Hotel geht, wo sie sich quasi an der Bar ein Rollenspiel liefern wollen. Dann kommt jemand dazu, dann nehmen die Ereignisse ihren Lauf und dann haben sowohl ihr Mörder wie auch Familienleben sich berührt und ab da ist die Figur auf der Flucht und versucht irgendwie, sich selbst aus der Schusslinie rauszubringen und ihre Familie aus der Schusslinie rauszuhalten. Und das Problem ist, dass das Ding eigentlich auf dem Papier ganz solide konzipiert und beschrieben ist, aber in vielen Punkten hat er für mich nicht funktioniert. Ich nehme Kayleigh Cuckoo, diese brutale Killerin, einfach nicht ab. Also das Drehbuch, der Film beginnt einfach direkt mit ihr in den ersten paar Augenblicken, wo sie schon einen Einsatz durchführt und man erklärt mir, dass sie diese eiskalte Killerin sein soll, warum sie so ist, wo sie herkommt und was sie dazu bewegt und so all das, das muss ich einfach von Anfang an als gegeben da nehmen und ich kaufe es ihr halt nicht ab. Da der Film komplett bei ihr bleibt und alles, was da im Hintergrund passiert, größtenteils über Telefonate oder ein paar Mittelsmänner kommuniziert wird, ist mir auch diese Mörderwelt, wie auch immer, nicht sehr präsent und auch da muss ich sagen, das muss ich dann einfach glauben. Action gibt es in dem Sinne nicht wirklich. Es gibt ein paar Schießereien, die aber meistens mit Schalldämpfer oder so passieren und ansonsten versucht man hier eben auch auf dem Grat zwischen Thriller mit ein bisschen Comedy-Anteil zu schwimmen und es gibt einen überragenden Gastauftritt von Bill Nighy, der eigentlich so das Highlight des Films darstellt und ansonsten hat man eben einen Thriller, in dem hier und da mal geschmunzelt werden soll und irgendwie kann man sich nicht ganz, irgendwie ergibt das Ganze kein stimmiges Ganzes und wer sich für Kayleigh Kuckuck mal in einer ernsten Rolle interessiert, der sollte wirklich mal mit Flight Attendant auf Prime Video sein Glück versuchen Dieser hier, der ist zu klein, um als großer Kinofilm zu wirken und ich glaube auch nicht, dass der allzu sehr wahrgenommen wird. Vielleicht, das sage ich immer, aber das glaube ich ja auch, das ist auch so ein Titel, der irgendwo mal auf Netflix oder sonst wo in einem Streaming-Angebot aufploppen könnte und da dürfte der wirklich ein paar Leute finden und zufriedenstellen sein. Hier ist es ein absolut belangloser Film und mehr als zwei von fünf Punkten habe ich dafür nicht. Wie seht ihr das? Habt ihr Lust, Kayleigh Kuckuckuck in einer anderen Rolle zu sehen oder habt ihr diesen hier sogar geschaut? Lasst mich das wissen in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao! Bis zum nächsten Mal!